Fast 7000 Jahre lang führten die Hochelfen ein glänzendes, magisches Königreich. Tief versteckt in den Wäldern im Norden von Lorderon. Doch vor fünf Jahren fiel die Geißel der Untoten in Keltalas ein und rieb die Elfen an den Rand der Ausrottung. Geführt vom bösen Tod des Ritter Arthas, zerstörte die Geißel den mystischen Sonnenbrunnen und raubte den Elfen damit die Quelle ihrer Magie. Obwohl die Narben dieser Zerstörung tief waren, verbündeten sich die übrig gebliebenen Elfen und gewannen einen großen Teil ihres Heimatlandes zurück. Die hartnäckigen Überlebenden gaben sich selbst den Namen Blutelfen und streben danach die überwältigende Macht, über die sie einst verfügten, zurückzugewinnen. Angetrieben von der Herrschaft ihres geliebten Prinzen, Keltas Sonnenwanderer, begeben sich die Blutelfen nun auf die Suche nach neuen Quellen Arkaner Magie und wegen, ihr Land vor den Untoten Schrecken der Geißel zu schützen. Als einer der wenigen überlebenden Blutelfen müsst ihr lernen, euren Durst nach Magie zu zügeln und helfen, das Schicksal eures Volkes zu bestimmen.